Bei GreenSpeed betrachten wir das Leben durch ein Mikroskop, um die besten Reinigungsmittel zu entwickeln. Und wir haben herausgefunden, dass es bei einer gesunden und sauberen Umgebung auf das Gleichgewicht zwischen den Mikroorganismen ankommt. Deshalb haben wir unseren Reinigungsmitteln Präbiotika zugegeben und Symbiotika geschaffen. Und so funktioniert's. Alles beginnt mit Probiotika. Das sind Mikroorganismen, die sich von Schmutz ernähren. Indem sie sich durch Schmutz und Fett fressen, lassen sie keinen Raum für weniger angenehme Organismen. Aber auch nützliche Bakterien leben auf diesen Oberflächen. Und sie verdienen es zu gedeihen. Diese Mikroorganismen sind gesund für die Umwelt und unseren Körper. Sie schützen sogar unsere Haut. Und dann kommen Präbiotika hinzu. Präbiotika sind eine Art Zucker, der als Treibstoff für Probiotika und gute Bakterien dient und sie noch schneller und besser arbeiten lässt. Zusammen tragen die Symbiotika also dazu bei, das natürliche Gleichgewicht zu stimulieren und gleichzeitig ein sauberes und angenehmes Umfeld zu schaffen. Sie möchten eine Abwechslung von der üblichen Routine? Kontaktieren Sie uns!